Aktuell sind im Nintendo eShop mal wieder super viele Spiele, bis zu 95% im Angebot. Daher stelle ich euch heute die bekanntesten Spiele davon vor. Wir starten mit Lego City Undercover. In Lego City Undercover bist du der Polizist, Chase McKay. Wir sind so dankbar, dass du zurück bist, Chase. Der den Ganoven Rex Fury nach seiner Flucht aus dem Gefängnis wieder hinter Gitter bringen soll und seiner Verbrechens-Tour ein Ende bereiten muss. Das Spiel kostet gerade nur 7,99 Euro statt 59,99 Euro. Es ist damit sogar gerade 87% günstiger. Günstiger bekommt ihr das Spiel für die Switch gerade auch nirgendwo sonst. Als zweites haben wir hier No Man's Sky. No Man's Sky wurde vom Sinn für Abenteuer und Fantasie der klassischen Zeitens Spiegel inspiriert und lässt sich eine Galaxie erforschen, die voller einzigartiger Planeten und Lebensformen lässt und in der dich ständige Gefahren und jede Menge Action erwarten. Das Spiel kostet gerade nur 24,90 Euro anstatt 49,99 Euro. Es ist damit 50% günstiger und günstiger kriegt das Spiel für die Switch auch gerade nirgendwo sonst. Hallo und willkommen zum Aperture-Science-Computer-Aided-Enrichment-Center. Das dritte Spiel unserer Liste nennt sich Bridge Constructor Portal. Es kommt aus dem beliebten Spiel Portal. Als neuer Mitarbeiter im Testlabor bei Aperture Science ist es deine Aufgabe, in 60 Testkammern Brücken, Rutschen, Rampen und weitere Konstruktionen zu bauen und die Bandys in ihren Fahrzeugen sicher ins Ziel zu bringen. Das Spiel kostet gerade nur 2,24 Euro anstatt 14,99 Euro. Es ist damit 85% günstiger. Günstiger bekommt ihr das Spiel für die Switch gerade auch nirgendwo sonst. Das ist Missplay und mit Missplay kannst du fürs Handyspiele-Spielen Geld bekommen. Aber vor allem könnt ihr diesen Kanal mit Missplay kostenlos unterstützen. Denn wenn ihr euch jetzt über den Link im angebringten Kommentar oder in der Beschreibung bei Missplay registriert und euch mit mindestens 400 Punkten eure erste Guthabenkarte holt, bekomme ich dafür 100 Punkte von Missplay geschenkt und ihr 50 Cent. Und wenn das viele von euch machen, verlose ich bestimmt auch mal eine 5 Euro Google Play oder Amazon Guthabenkarte. Als viertes habe ich hier Lego Marvel Super Heroes auf der Liste. Lego Marvel Super Heroes enthält eine originelle Geschichte, die das gesamte Marvel-Universum umspannt. Spiele übernehmen die Kontrolle über Iron Man, Spider-Man, Hulk, Captain America, Wolverine und mehr Marvel-Charaktere. Während sie sich zusammentun, in Loki und einer Reihe anderer Marvel-Schurken davon abzuhalten, eine Superwaffe zu bauen. Fähig ist, die Welt zu zerstören. Das Spiel kostet gerade nur 7,99 Euro anstatt 39,99 Euro. Es ist damit 80% günstiger. Auch dieses Spiel bekommt ihr günstiger für die Switch-Op gerade nirgendwo sonst. Und als fünftes würde ich euch gerne Golf with your friends vorstellen. Das ist ein super schönes Golf-Spiel, in dem ihr mit bis zu 12 Spielern an einer Konsole gleichzeitig zocken könnt oder online. Dafür reicht ihr euch einen Controller einfach immer durch. Ihr braucht also nur einen Controller, um mit 12 Spielern an einer Konsole zu spielen. Es gibt 18 kreative Maps und ihr könnt euren Golfball durch freischaltbare Anpassungsgegenstände nach eurem Geschmack aussehen lassen. Es gibt auf jeder Map 18 Löcher. Das ergeben 324 Bahnen insgesamt. Man kann aber auch alleine spielen und versuchen eine empfohlene Anzahl an Schlägen für ein Loch nicht zu überschreiten. Es gibt zum Beispiel einen Modus mit Power-Ups und vielen anderen interessanten Spielmodien. Das Spiel kostet gerade nur 4,99 Euro anstatt 19,99 Euro. Es ist damit 75% günstiger. Auch dieses Spiel bekommt ihr für die Switch gerade nirgendwo günstiger. Das sechste Spiel der Liste heißt Descenders, a.k.a. der Fahrradsimulator. In diesem Spiel kann man über die verrücktesten Rampen fahren und die coolsten Stunts verrufen. Alles auf dem Fahrrad. Es gibt eine sehr lange Kampagne für den Einzelspieler. Man kann aber auch lokal oder online gegeneinander Strecken fahren. Das geht mit euren Freunden oder mit Random Mates. Es sind viele Strecken enthalten und man kann sogar eigene Strecken bauen oder die von anderen spielen. Das Spiel kostet gerade nur 9,99 Euro anstatt 24,99 Euro. Es ist damit 60% günstiger. Günstiger bekommt man das Spiel für die Switch gerade nirgendwo sonst. Und auch Life is Strange True Colors ist im Angebot. Alex Chen hat ihren Fluch lange verleugnet, die übernatürliche Fähigkeit, die Emotionen anderer zu erleben, zu absorbieren und zu manipulieren, welche sie als farbige Augen wahrnimmt. Als ihr Bruder bei einem vermeintlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren und dunkle Geheimnisse aufzudecken, die in der Kleinstadt verborgen sind. Das Spiel kostet gerade nur 29,99 Euro anstatt 59,99 Euro. Es ist damit 50% günstiger. Das Spiel könnt ihr allerdings als Kartenversion bei netgames.de schon für 24,95 Euro bekommen. Gang Beasts Gang Beasts ist das 8. Spiel unserer Angebotsliste. Gang Beasts ist ein albernes Mehrspieler-Partyspiel mit Gelee-Figuren, brutalen Kampfszenen und absurden, gefährlichen Umgebungen, das in den düsteren Straßen Beef City spielt. Passe deine Figur an und kämpfe im Nahkampfmodus off- und online gegen deine Gegner oder mit Freunden gegen die Gangs von Beef City im Gang-Modus. Das Spiel kostet gerade nur 14,99 Euro anstatt 29,99 Euro. Es ist damit 50% günstiger. Günstiger bekommt ihr auch dieses Spiel gerade nirgendwo sonst. Das nächste Spiel ist der Tief Simulator. Werde ein Dieb. Stehle in freizugänglichen Sandbox-Nachbarschaften. Beobachte dein Ziel und sammle Informationen, die dir beim Einbruch helfen können. Stelle dich der Herausforderung und beklaue die sichersten Häuser. Kaufe Hightech-Diebesausrüstung und lerne neue Diebestricks kennen. Verkaufe Diebesgut an Passanten. Das Spiel kostet gerade nur 1,99 Euro anstatt 19,99 Euro. Es ist damit einfach mal 90% günstiger. Günstiger bekommt ihr das Spiel für die Switch gerade nirgendwo sonst. Als 10. haben wir hier die Overcooked 1 Special Edition. Beweise dich in einem Koop-Kochspiel im Arcade-Stil mit Overcooked Special Edition. Teile dir mit Freunden die Aufgaben in der Küche. Schneide Zutaten. Kocht Gerichte, wascht das Geschirr und bereitet so viele ofenfrische Gerichte zu wie möglich. Bevor die Zeit abläuft. Das Spiel kostet gerade nur 3,99 Euro anstatt 19,99 Euro. Es ist damit ganze 80% günstiger. Günstiger bekommt ihr das Spiel für die Switch gerade nirgendwo sonst. Das 11. Spiel auf der Liste heißt Untitled Goose Game. Untitled Goose Game ist ein... Was? Sorry, ich muss jetzt kurz aufs Skript gucken. Das ist ja nicht möglich. Untitled Goose Game ist ein Slapstick-Steel-Sandbox-Titel, bei dem du eine Gans bist, die auf ein ahnungsloses Dorf losgelassen wird. Lauf durch die Stadt von den Hinterhöfen der Bewohner zu den Läden auf der Einkaufsstraße und zum Dorfparken. Spiele dabei Streichel, klaue Hüte, schnattere viel herum und ruiniere einfach allen den Tag. Das Spiel kostet gerade nur 9,99 Euro anstatt 19,99 Euro. Damit ist es also 50% günstiger. Günstiger bekommt ihr das Spiel für die Switch gerade nirgendwo sonst. Als 12. haben wir hier Shift Happens. Und das ist wirklich ein richtig gutes Spiel, das einem Preis definitiv wert ist. Denn ich besitze es. Aber hört selbst. Die beiden charmanten Gelee-Kreaturen Bismo und Plo wurden bei einem tragischen, wenn auch lustigen Unfall miteinander verbunden und können nur ihre Masse und ihre Fähigkeit miteinander tauschen. Willkommen bei Shift Happens. Dem einzigen Spiel, welches er es mit dem Bolly Mass Index nicht so ganz genau nimmt. Das Spiel kostet gerade nur 1,49 Euro anstatt 14,99 Euro. Und für 1,49 Euro wohnt sich das wirklich sehr. Es ist damit ganze 90% günstiger. Auch dieses Spiel bekommt ihr gerade für die Switch auch nirgendwo sonst günstiger. Ich verspreche euch, dass das Spiel gut ist. Ich verspreche euch, dass das Spiel gut ist. Als 13. Spiel haben wir Asterix und Obelix XXL 2. Mehr als 10 Jahre, nachdem sie zuletzt auf Heimkonsolen und PC zu sehen waren, kommen Asterix und Obelix zurück und sind besser in Form als je zuvor. Asterix und Obelix XXL 2 ist eine gekonnte Mischung aus Action und Abenteuer für alle Altersgruppen, in der sich Humor und Traue einander prima ergänzen. Das Spiel kostet gerade nur 3,74 Euro anstatt 14,99 Euro. Es ist damit ganze 75% günstiger. Günstiger bekommt ihr das Spiel für die Switch gerade nirgendwo sonst. Das letzte Spiel der Liste heißt Farm-Talcon. Von Saatgut über Gemüse bis hin zu verarbeiteten Produkten. Es gibt Tiere, Fleischverarbeitungsbetriebe, Landmaschinen, Arbeiter mit verschiedenen Fertigkeiten, Lagerhallen mit Kühlung, Antipestizide und vieles mehr. Viele verschiedene Strategien können erfolgreich umgesetzt werden, um die Farm profitabel zu machen. Das Spiel kostet gerade nur 99 Cent anstatt 19,99 Euro. Es ist damit einfach mal 95% günstiger. Günstiger bekommt ihr das Spiel gerade, aber auch nirgendwo sonst für die Switch. Bitte beachtet unbedingt, dass manche Angebote schon in wenigen Tagen abgelaufen sind. Solltet ihr eines dieser Spiele jetzt kaufen wollen, schaut am besten direkt nach, wann das Angebot des Spiels vorbei ist. Jedes der Spiele ist mit einem Link in den eShop und dem Ablaufdatum des Angebots des jeweiligen Spiels in der Beschreibung dieses Videos aufgelistet. Lasst ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Checkt Missplay über den Link in der Beschreibung oder dem angepinnten Kommentar aus und habt alle noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.